Nach der Pause fragt der Lehrer, na Fritz, was hast du heute in der Pause gemacht? Fritz antwortet, ich habe im Sandkasten gespielt. So, du hast im Sandkasten gespielt. Wenn du das Wort Sand fehlerfrei an die Tafel schreibst, darfst du heute zwei Stunden früher nach Hause. Fritz geht an die Tafel und schreibt das Wort Sand fehlerfrei an die Tafel. Das hast du richtig gemacht. Zur Belohnung darfst du wie versprochen zwei Stunden früher nach Hause. Nun fragt der Lehrer den Hans, na Hans, was hast du heute in der Pause gemacht? Hans antwortet, ich habe mit Fritz im Sandkasten gespielt. So, du hast mit Fritz im Sandkasten gespielt. Wenn du das Wort Kasten fehlerfrei an die Tafel schreibst, darfst du heute zwei Stunden früher nach Hause. Hans geht an die Tafel und schreibt das Wort Kasten fehlerfrei an die Tafel. Das hast du richtig gemacht. Zur Belohnung darfst du wie versprochen zwei Stunden früher nach Hause. Jetzt fragt der Lehrer den Ali. Ali, was hast du heute in der Pause gemacht? Ali sagt, ich wolle Spiele mit die beide anderen Kiste von Sand, aber die nix mich gelasse. Oh, das ist eine rassistische Diskriminierung einer ethnischen Minderheit. Wenn du rassistische Diskriminierung einer ethnischen Minderheit fehlerfrei an die Tafel schreibst, darfst du heute ebenfalls zwei Stunden früher nach Hause.